Verstrahlter Kerl. So. Wieso hilft Konker eigentlich? Das erinnert mich jetzt voll an dich hier oben. An mich? Ja. Yay, eine Toilette! Stimmt. You've got a problem. Hi, hi there, little fella. I'm, I, are you the janitor? I, I don't suppose you have any, uh, like toilet paper? No, I'm not the janitor. And could we please have this conversation somewhere else? I, I think I'm starting to gag. Oh, yeah, I got a bit of a problem. And it's kind of like, oh, yeah, well, I'll come out now. I, I seem to have this thing attached to my back. I, I, I can't see what it is. Um. Oh, you need more about that. Come on, let's go. Oh, oh. I, 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 I'm a little tired. Could you give me a hand? Just get around back there and, you know, give me a hand. Ah, wow, okay. Ah, that's just a dumb place. It looks funny. Ah, so. Oh. Oh. Ach, ja, stimmt. Ist das alles so gesund? Da war ja was. Sollte das mit ihm passieren? Ah, jetzt hat man auf ne Tafel kratzt, was packt hier drauf. Also Styropor. Ja, Styropor hasse ich auch. Oder Luftballons. Mag ich auch nicht. Größte Grätzle. Glock von Zähir a mio. Schön, dass der da drin spaht. Oh. Einander. Hi. Öh, öh. Oh, w-w-wann hinn ich mich? Ich kann nicht ... Ja, ich weiß. Pultetspapier. Komm, raus! So! Jetzt aber. Jetzt aber. Nicht so schnell. Schiene! Zeit mehr! Zeit ist doch teuer! Ich finde es witzig, dass die so rumstönen, wenn du ihn da an den Hintern rumschiebst. Uah! Ist wohl daneben. So. Oh! Falsch! Ja, super! Du bist ein Hammel! Wow, wir sind hier! Oh! Oh! Ich glaube, es wäre wahrscheinlich sehr ungesund, wenn die Kisten auf den springen, was? Ja! Auch für mich. Weil ich etwas nahe... Ist das Instant Death? Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Nein! Gut. Ne, ich spring dir mal schräg, das ist gut. Oh! 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 Beide! Ha! Ha! Die Scheiße! Ah! Das geht doch mal los, ey! Fick! Fickverdammt! Verdammt, die Scheißkacke da! Da oben ist mein Schöcki, ne? Mann! Was soll die blöde... Kack... Mist... Fotz... Scheiß... Drecks... Mist... Kacke hier! Da! 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 Da muss ich aufpassen! Das warte ich jetzt aber trotzdem, Mama, dass der mitten da drin ist! Ne! Ne! Ich bin dann so aufgewaltig, so... Hm... Jetzt kann ich mich eigentlich schon mal loslassen und mich orientieren! Hm... Moment! Da steht zwischen zwei Stahlcontainern! Hm... Scheiße! Da war doch was! Oh ne! Weg mit dem! Ja! Ja! Wie das hier so viel Schokolade rumliegt! Nochmal! Yay! Deswegen gibt's in jeder Rationspackung von Soldaten Schokolade! Und wenn sie angeschossen werden, mysteriöserweise verschwinden da... Die Wunden! Die Wunden! Regeneriert auch Organe! Raus! Nein! Schieben wir gleich ins Klo! Ja, ja! Raus mit dir! Diesmal schaffen wir's! Diesmal besser! Wir sind gut! Was denn? Soll ich's nicht machen, wenn du trinkst! Ah, leck' mir, Marsch! Ne! Danke! Ihm vielleicht! Das tut toll, Peter! Ich glaub, der stöhlt dann auch so... Oh! 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 Touch my butt! You naughty squirrel! Vorsicht, ne? Zwei Steine! Ist mir mittlerweile klar, ja! Gut! Oh! Ah! Das Stöhnen von dem! Ist echt der Wahnsinn! Ich fahr' noch die zweite Runde ab! Schnell! Schnell leh! inh no Vorsicht, ne? Ah... Bei mir bleibt so gut… Beide Seiten. Darf ich irgendwas mit Aalen machen? Irgendwie so Zitteralen oder was weiß ich nicht mehr genau. Ich bleibe hier. Du gehst auf. Man muss auf die Pussy Art. So. Und jetzt... Muss die eigentlich ein B-Button sein? Der ist Matsch. Du musst nicht nur auf so einen Typen rumschieben, oder? Ich musste eigentlich noch auf die Seite schieben, oder? Ah! Oh, Meme. Nett. Das war ein Netz. Oh, ja! Die Power-Node sind runter. Sie müssen ein bisschen Elektrizität durch sie haben. Wie werden Sie das tun? Ich weiß nicht. Es ist ein elektrisches Öl da drin. Und ein paar Dinge. Ich lasse es euch an. Welche Ringe, die muss ich jetzt dann da unten... Alla Sonic? Wieso nicht? Warte mal, dass sie so aufs Freundchen zu dir sind. Aber da ist alles. Du musst eigentlich einfach da unten durch. Das kriegst du noch so fast? Ich... Der muss jetzt eigentlich da durch. Ah, ja. Der hat sich in Wirkung kürt, oder? Na, sehr schön. Ja, ja, ja. Ist recht, ist recht. Ist recht. Ich will nicht sterben. Sterben ist sehr unnice. Hast ja noch einen Weg. Wie viele Notes musst du noch dehnen da? Ich glaube, ich wohne jetzt erst noch ein bisschen helfen. Da oben ist Schokolade, ja. Ja, ist gut. Da kommst du aber so nicht hoch. Ich weiß. Sicher ist sicher. Schokolade. Chokka-chokka. Schokolade. Chokka-chokka. Ich kann es nicht weiter. So, eine nehmen wir noch. Ich bin ein Aal. Ich bin ein Aal. Wo ist der Aal? Ich habe keine Ahnung, wo der schon wieder rumschwimmt. Da ist er. Aber er ist ja. Mensch, doch. Wie ist es, sagst du mir das nicht früher, bevor ich ihn ausschüttelte? Weil ich einen Schlauch im Mund hatte. Ja? Aal? Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. So. Und jetzt kommt nämlich der Beep-Button. Yay! Der Spawn, mysteriöserweise. Was Strom nicht alles bewirken kann. Baby-Boobs? Baby-Boobs. Boop-Boobs? Oder Boop-Boobs? Boop-Boobs. Das ist der Frau-Button. Der Boop-Button. So. Sehr schön. Ich glaube, ich weiß, was du machen musst. Meinst du? So. Der hat ja von nichts eine Ahnung. So.